Der andere ist geflühen. Na dann, Segelhissen-Männer! Steh? Ist der gerade direkt vom Schiff? Segelhissen, er springt vom Schiff. So, einmal kurz gemutet. Hallo in den Chat. Wir spielen heute Blazing Sail, mit dabei Shining und nachher auch der Schwänze. Wir werden ein bisschen chaotisch, das ist ein Piratenmaterial, ich bin mal gespannt, wie es so sein wird. Und Shining ist auf jeden Fall richtig vorbereitet, haltet euch auf jeden Fall fest. Wenigstens darf man sich selber sprengen. Die sind genauso begeistert wie wir. Ich frage mich, ob man irgendjemand einfach ertränkt, wenn man so rumschwimmt. Ah ok, du musst auch sehen, wohin. Äh... Jaaa, alles klar. Ah ok, man weiß wo alle hinwollen, es ist mehr als deutlich zu erkennen. Mh... Komm, geh mir mal da hin. Tridents Fall hab ich mal gewählt. Alles klar. Direkt, direkt an der Stelle. Das sind wir meine werten Matrosen. Ja, das ist klar wie Captain, ich hab die Hängelampe schon mal ausgemacht. Hahaha. Ah, B ist Fernglas, ok. Aber wir haben einen neuen Random. Der andere ist geflühen. Na dann, Segelhissen, Männer. Äh... Finde ich denn hier überhaupt was? Ich hab schon mal... Also ich hab ne verbrochene Flasche. Bin schon mal... Da hinten ist ein Fragezeichen, Captain. Da hinten liegt ne Kiste. Ich hab ne Armbrutz gefunden und Pfeile. Ah, hier ist ein Teleporter. Ok. Oh, ich hab schon mal... Wann versuche das Fragezeichen? Ich hab ne... Ich hab eine Schroelflinte, Captain. Kanonenkugeln, Captain. 30 Kanonenkugeln. So, Fragezeichen. Was soll ich mit dieser Münze? Das ist ein Teleporter. Ja? Und hier sind haufenweise Kisten. Erstmal zurück, Teleportieren auf Schiff. So. Wie machst du? Wie teleportiert man sich zum Schiff zurück? Ich habe haufenweise Kisten. Da sind Platten auf dem Boden, die so ein Schiff-Symbol haben. Und dann hälst du die Münze in der Zeit in der Hand. Ok, also randomly... Ich weiß nur, dass ich mir gerade runtergefallen bin. Und hier ist noch ne... Ah! Haha! Ok. Wir sind jetzt zu viertelnden. Ich denke, ich bin noch auf der gleichen Insel. Und dann bin ich auf einmal komplett woanders. Wir haben Beefy Boy jetzt auch am Ende Crew, Captain. Ja, ich habe einen neuen Matrose gefunden. Und war nicht mal anwesend. Und jetzt bin ich auf einmal wieder hier. Lol, ich bin auf dem Mast. Äh, wo ist unser Schiff? Das Schiff dreht sich nur. Dreht sichs immer noch? Nein, Captain. Es dreht sich immer noch. Nein, Captain. Land ins Eck! Wollen wir den Freibäut einfach hier lassen? Du kannst dich ja teleportieren. Wissen? Ja, das... Ich schlag einfach mal die Kanonen schonmal, ok? Ja, ja. Da treibt was auf dem Meer. Und unser Typ rennt hinterher. Noch drei Schiffe. Wir haben noch drei Schiffe, Captain. Wir haben nur noch zwei Gegner. Feind in Sicht. Ich hab grad nur getassen gebrochen. Zwei Feinde in Sicht, Captain. Auf welcher Seite? Ah, da hinten. Ich sehe sie. Süden. Feuer, Männer! Die schieße ich! Ah, so! Feuer! Im Südosten ist der andere Feind, Captain. Wir treffen sie ganz gut. Halte den Beschuss erstmal auf den... Captain, wir haben ein Problem. Wir sind zwischen den Fronten. Ich wurde getroffen. Ich geh mal ein bisschen reparieren. Unser Schiff blutet. Und kann das Schiff reparieren? Ja, ich hab... Wir haben 160 Rolls. Wo ist das noch? Ah, ich seh's. Captain, wir wurden wieder getroffen. Ich glaub, ich hab noch ein Loch reingehauen. Ah, ne. Ich rappel hier unten. Schieß hier weiter. Kann man das Wasser auch irgendwie auspulen? Oh, shit, Captain. Wir wurden schwer getroffen. Wir wurden sehr schwer getroffen, Captain. Ja, ich seh davon leider nix. Ich hab kein Holz mehr. Captain, ihr... Was? Wir werden untergehen. Captain, ich hab schon wieder von Bord gesprungen. Ah, die Kanonenminder! Ich bin tot! Glaub ich. Ich bin tot, kein Wind tot. Hab ich nicht so schönes Spiel rausgesucht. Unser Schiff sinkt. Ich weiß auch nicht, wie man das Wasser da rausholt, ne? Also... Ich habe jetzt zwar geschafft, die Löcher zu stopfen, aber... Keine Ahnung, wie das Wasser rausgeholt wird. Ich dachte auch mal Sven, nein. Ja, hab ich auch schon gemacht. Ich hab den auch schon, äh, einmal angeschrieben. Also... Mal gucken. Bist... Bist wieder rausgeflogen? Nein, ich hab den Ladebildschirm vor mir. Okay. Für mich sieht's aus, als ob es auch Nebel geben könnte. Ja, stimmt. Jetzt haben wir wohl Nebelrunde. Ich bin grad wieder alleine. Und du? Ich glaub ich starte das Spiel einmal kurz neu. Vielleicht lädst du mich besser ein. Moin. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Ein neues Crew mögliche Captain. Darf ich jetzt mal... Ja, ich bin ja der Captain. Stimmt. Das Spiel macht mich nicht. Muss mich erst mal dran gewöhnen, diese Ehre. Lul. Lulis, Sven. Warum bade mich das Spiel nicht? Du hast erst eine Runde verpasst, Sven. Also, alles gut. Eine Runde, okay. Wie ist das Spiel? Oh, es macht Spaß. Kaotisch einfach macht Spaß. Es macht Spaß. Man wird echt schnell versenkt. Zusammenfassung in einem Satz. Ich versuch grad überhaupt da drauf zu kommen. Das Spiel backt bei mir sehr. Ja, jetzt hast du es geschafft. Endlich. Ich bin auch ein Matrose. Ich bin doch da, oder? Nee. Wie? Ich bin doch noch nicht da. Jetzt. Wir müssen doch unter den Landratten. Jetzt bist du ein Freibäuter der Meere. Jetzt bin ich da. Äh, wie kann ich denn Ready machen? Hier, äh... Oben auf Ready. Einmal oben rechts aufdrücken. Ach, Ready. Genau. Wenn du auf Ready drückst, dann. So wirst du dann Ready. Okay, ich bin wieder alleine. Ja, ich hoffe es. Leute. Ja, ich für dich. Okay, okay, wir sind, wir sind gelandet. Zwei haben es geschafft. Wir sind auf der Karte. Drei haben es geschafft. Zwei haben es geschafft. Drei haben es geschafft. Nein, zwei haben es geschafft. Shining will er eben. Boah, hallo Captain. Ich kann dich jetzt noch mal einladen. Vielleicht geht das ja besser. Sven, wir müssen an Land. Matrose. Ich will mitmachen. Danke. Schnell, Matrose. Wer für was? Ich hab Padel gefunden. Ich fang gleich an zu weinen. Ich hab ne Schaufel. Ich hab ne Schaufel. Ich hab ne Schaufel ich dein Grab. Ein Entermesser. Da seh ich mich. Und wir auch ein Messer haben. Spiel beitreten. Kiefern klinge. Sven, hier liegen ein Entermesser. Matrose, nehmt sie das Messer. Und dann Q drücken, Matrose. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Angriff. Ja moin. Ich werd jetzt wirklich angegriffen. Look, da ist der Armbrus. Angriff, Captain. Matrose. Matrose. Ich weiß nicht, ob die Armbrus gut ist. Matrose. Hier ist eine Landratte. Matrose. Ich komme. Matrose, mach dich fertig. Matrose. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. So, wir spiel, wer sich hier fangen, oder was? Sigi. Spiel. Wir haben ihn. Warum? Wir haben die Lusche. Hast du da looten? Licht in die Segel, Matrose. Wie mach ich das? Die Licht ist... Die Seile. Hallo? Nein, die Seile an der Seite. Achso. Hä? Die Antrie... Los Matrose am Stand. Feindet sich! Der Feind ist gesunken. Ohne unser Eingriff. Diese Lusche. Ja, boin! Diese Lusche, Matrose, Felsen voraus. Ah! Titanic! Say goodbye. Schiff voraus! Janik! Wow! Hamburg! Sven macht Nahkampf, alles klar. Wir sollten über die Mühle was gehen. Alles klar. Ja, moin! Bam! Bam! Nein, die Brüder hat gefallen. Hilfe! Kuh drücken. Janik! Matrose, Kuh, Teleport. Hallo, Captain. Ich bin rüber geflogen. Hab ich gesehen? Einfach, Kuh, Teleport. Statt die Kanonen zu nehmen, kreis doch verträgt dran. Damit haben sie nicht gerecht. Ja, ich stell voll auf den Mast da und dann bin ich einfach rübergefallen und dann hab ich die einfach schniedergebracht. Matrose! Ja, was ist denn los, Captain? Da müssen wir hin. Nach blauem Matrose. Ja, okay, drehen! Drehen! Matrose, der Turm kommt. Der ist am Sack. Matrose, singen Sie mir ein Lied. Aber kaum glücklich. Oh, wie geht das von One Piece vorbei? Die ist hier eine. Hättest du da das Piratenlied? One Piece. Bitte was? Ich weiß, welches meins ist, aber ich kann den Text nicht. Nee, die ist eine. Die ist hier. Captain Binks will einen rum. Ich gebe ihm die Flasche drum. Na, 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 na. Ja, na, 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 na. Ja, ich weiß das von Brook. Genau. Das ist toll. Captain, was sind wir da? Hoffentlich bald. Der Turm kommt näher. Ich werde euch da für Kiel holen. Das macht der Turm. Matrose, sehen Sie den Horizont, der kommt näher. Schiff, Schiff, Feuer, Matrose. Ich kann doch nicht feuern. Jetzt. Der Frau Kackmann. Wofür bezahlen Sie? Wieso kann ich nicht schießen? Matrose, Sie sind so inkompetent. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Matrose, wir sind am Arsch. Lass dich hier, komm. Wir springen so rüber. Matrose. Oh. Matrose, wir haben Wasser am Schiff. Äh, fünf, ne? Matrose, wir haben Wasser mit mehr. Arbeiten Sie überhaupt? Ja, wie bekommt ich das Wasser hier raus? Matrose, wir sind so ein Komponente. Wir sind die Komponente. Ja, wir können ja mal gucken, vielleicht steht da was in der Komponente. Wasserpumpe, Wasserpumpe, ja. Mitarbeiter des Monats bin ich hier. Ich hab' ich gerade eben nicht hinbekommen. Warum fahren wir nicht nach rechts? Du lenkst doch! Du meinst, wo ist der Steuerbord? Ah, wenn denn, Matrose, ich hau' sie mit dem Hammer an die Flasche. Beidrehen! Ich glaube, ich hab' den Acker geworfen. Ich beobachte von oben. Hitos! Feinde in Sicht! Feinde in Sicht, Hitos! Sie greifen an! Die Flasche! Hammer! Wow, 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 ich hab' nur'n Hammer! Es gibt nen Aufsichtstum! Ich bin tot! Captain! Ich hab' einen gekillt! Captain, ich bin nicht tot! Ich hab' nur'n gekillt, ich bin so krass! Fick nicht! Dann geht's nicht, wenn man respawnen können! Fuck! Oh, scheiße! Kippelte dem, äh, Freibeuter! Matrose! Matrose, greifen sie an! Kämpfe sie! Wieso? Kämpf doch! Ja, respawn wird durchgeführt! Ich hab' mein Schwer nicht bekommen! Das Schiff sinkt, Matrose! Sie sind eine Enttäuschung! Fährlich! Sie sind eine pure Enttäuschung! Sie sind tot! Jannik hat drei gerade Plot gemacht, alleine! Ich hab' mein Schwer nicht bekommen! Ey, ihr seid, ihr seid RIP! Ich hab' mein Schwer nicht bekommen! 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 Ich hab' mein Schwer nicht bekommen!